Hallo meine Lieben, heute ist nun schon Freitag und ich war jetzt gerade in der Prachtnachtklamm. Das ist da, wo der Pärchenbach lang fließt und sich seinen Weg durchs Gestein bahnt sozusagen. Da gibt es viel zu sehen, das ist ganz toll. Sehr, sehr laut dort, deswegen konnte ich von da aus nicht berichten, hätte ich gerne gemacht. Und wir sind jetzt als Rad durchgelaufen und sind jetzt auf dem Weg ins Rheintal, von wo aus man noch auf die Zugspitze kommt. Das mache ich aber heute nicht, dazu bin ich nicht in der richtigen Verfassung. Aber für jeden Wanderer, der richtig fit ist, ist es eine große Herausforderung, diesen Weg auf die Zugspitze zu nehmen und nicht mit der Seilbahn hochzufahren. Das kann ja jeder, wenn er 50 Euro in der Tasche hat. So, also ich laufe jetzt gleich noch ein bisschen weiter, ihr könnt euch den nochmal kurz umgucken. Es ist wunder, wunder, wunderschön und richtig schön ruhig, abgesehen von den Wasserplätschern. Tschüss!